Mia, du kommst zu spät. Heute gibt es Zeugnisse. Hörst du mich nicht? Ich will eine Pizza, bitte. Was für eine Pizza? Ich habe keine Pizza für dich. Ja, mit viel Käse. Hä? Mit wem redest du da? Danke. Und eine Cola, bitte. Ich habe keine Cola. Jetzt steh auf. Heute ist dein letzter Schultag. Wann ist die Pizza fertig? Ich habe keine Pizza. Träumst du gerade, Mia? Danke. Hier sind 6,50 Euro. Mia schläft ja echt noch. Mia, wach auf! Was ist hier los? Wo ist meine Pizza? Es gibt keine Pizza! Jetzt steh auf. Du kommst zu spät zur Schule. Ich will aber Pizza. Beruhige dich, Paul. Rege dich nicht auf. Bald sind Sommerferien. Oh, heute bekommen wir Zeugnisse, oder? Ja, du aber nicht, weil du zu spät kommst. Ich stehe sofort auf. Zieh dich sofort an. Ich fahre dich. Du hast eine Minute Zeit. Ich muss mich beeilen. Ich habe Angst vor meinem Zeugnis. Hoffentlich komme ich in die 8. Klasse. Ich ziehe mich jetzt schnell an. Das sieht echt süß aus. Perfekt für den letzten Schultag. Wo bleibt Mia denn? Sie kommt wieder zu spät. Mia! Oh, ich gehe besser. Papa rastet aus. Da bist du ja endlich. Wo ist deine Tasche? Die brauchen wir am letzten Tag nicht. Ach so, okay. Dann steig jetzt mal ein. Wie glaubst du, dass dein Zeugnis wird? Super. Bestimmt nur Einsen. Ernsthaft? Haha, nein. Kommst du denn in die 8. Klasse oder bleibst du sitzen? Ganz bestimmt in die 8. Klasse. Das hoffe ich zumindest. Na, da bin ich gespannt. Komme ich zu spät zur Schule? Ja, es ist fast 8 Uhr. Naja, egal. Wir sind jetzt da. Ich bin echt gespannt auf dein Zeugnis. Ich auch. Bis später, Papa. Bis später, mein Schatz. Hab einen schönen Tag. Danke, ich habe dich lieb. Ich habe dich auch lieb. Geh schnell rein. Es hat geklingelt. Nö, ich gehe langsam rein. Mia macht mich fertig. Hier ist mein Klassenraum. Herr Schmitz ist bestimmt schon da. Ich mag Herr Schmitz. Er ist immer nett. Hallo zusammen. Wie geht es meiner Lieblingsklasse? Mia, du bist zu spät. Setz dich sofort hin und sei leise. Heute ist der letzte Tag. Seien Sie nicht so streng. Setz dich bitte hin. Ihr bekommt jetzt eure Zeugnisse. Sie sind ein Spießer, Herr Schmitz. Aber ich mag sie trotzdem. Ein weiteres Ja halte ich nicht aus mit ihr. Danke, Mia. Jetzt setz dich bitte hin. Natürlich mein Lieblingslehrer. Ich habe hier eure Zeugnisse. Ich werde diese jetzt austeilen. Kommt bitte nach vorne, wenn ich euren Namen sage. Ich bin echt gespannt. Maria. Herzlichen Glückwunsch, Maria. Danke, Herr Schmitz. Maria, wie ist dein Zeugnis? Ich habe fast nur Einsen. Wow, toll, Maria. Lukas. Jetzt ist der coolste der Klasse dran. Du meinst der größte Loser. Haha. Halt deinen Mund, Mia. Jetzt komm nach vorne, Lukas. Dir auch herzlichen Glückwunsch, Lukas. Danke. Geil, ich habe nur zwei Fünfen. Haha, wie schlecht. Dein Zeugnis ist bestimmt schlechter. Das glaube ich nicht. Hört auf zu streiten. Luisa, komm nach vorne. Zehn Minuten später. So, jetzt haben alle ihr Zeugnis. Ich habe noch kein Zeugnis bekommen. Oh, stimmt. Komm nach vorne, Mia. Bitte schön, Mia. Danke, Herr Schmitz. Mia, wie ist dein Zeugnis? Ach, egal. Hm, okay. Haha, dein Zeugnis ist schlecht, oder? Nein, ist es nicht. Wie viele Fünfen hast du? Sei leise, du Idiot. Das geht dich nichts an. Haha, ich bin besser als du. Nein, bist du nicht. Dann zeig doch dein Zeugnis. Nein, das werde ich nicht. Geh weg von mir. Nein, zeig mir dein Zeugnis. Hört auf damit. Lukas, setz dich hin. Lass mich mal gucken. Ich verprügel dich. Versuch's doch, du Verrückte. Es reicht Mia. Ihr hört auf, oder ich rufe eure Eltern an. Ist ja gut. Zeig das Zeugnis euren Eltern. Ihr dürft jetzt nach Hause gehen. Ich will das Zeugnis Papa nicht zeigen. Schöne Ferien. Bist du nicht zufrieden mit deinem Zeugnis? Ich weiß nicht. Ich habe aber Angst, es Papa zu zeigen. Ruf mich später an, wenn du reden willst. Okay, Schatz. Schöne Ferien. Danke, dir auch. Ich bin so aufgeregt. Ich will gar nicht nach Hause gehen. Ich habe aber keine Wahl. Was ist denn los, mein Liebling? Wir haben heute Zeugnisse bekommen. Sind deine Noten denn nicht gut? Ich habe die Noten nicht erwartet. Mach dir keine Sorgen. Deine Eltern werden das verstehen. Ich hoffe es. Papa ist heute auch zu Hause. Er wartet bestimmt auf mein Zeugnis. Ich muss etwas unternehmen. Ich habe eine Idee. Ich muss Balou finden. Ich schaue mal im Garten nach. Oh, mein Zeugnis. Ich muss leise sein. Papa und Mama dürfen mich nicht hören. Balou, wo bist du? Ich habe etwas für dich. Psst, sei leise, Balou. Hast du heute schon gefressen? Hier, friss das. Worauf wartest du? Friss mein Zeugnis. Oh, hallo, Schatz. Ich wusste gar nicht, dass du schon zurück bist. Äh, hallo, Papa. Was machst du hier im Garten? Ich wollte Balou mein Zeugnis zeigen. Aber warum liegt dein Zeugnis auf dem Boden? Es ist mir runtergefallen. Heb es auf. Dein Zeugnis wird dreckig. Okay, Papa. Komm in die Küche, Schatz. Dann schauen wir uns dein Zeugnis an. Ja, ich komme, Papa. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Dann lass uns mal sehen, wie deine Noten sind. Vorher will ich dir aber etwas sagen. Was denn, Mia? Ich habe dich und Mama sehr lieb. Wer dich auch, Schatz. Und Max habe ich auch lieb. Okay, das ist schön. Zeig mir jetzt dein Zeugnis. Und Balou auch. Okay, Mia. Jetzt zeig mir dein Zeugnis. Na gut. Moment. Ich will noch etwas sagen. Nein. Ich will dein Zeugnis sehen. Okay, Papa. Dann schauen wir mal. Was sagst du selbst zu deinem Zeugnis? Gut, oder? Du hast drei Fünfen und eine Sechs. Das war's mit den Sommerferien für dich. Du wirst jeden Tag für die Schule lernen. Aber das ist unfair. Nein, jetzt geh auf dein Zimmer und fang an. Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch eine Folge zu sehen. Das war's mit dem Video. Wenn du dir die Schule kennenlernen. Vielen Dank.